Hey liebe Tiegler, your weekly dose of Crossfit in der Woche vor Murph. Am 29. ist es soweit, nicht nur Murph, sondern auch Bartiken und Barbecue und Happy Birthday Crossfit Schmelztiegel. Sieben Jahre sind es schon, eine richtig coole lange Zeit, steht auch noch ein bisschen was im Newsletter dazu. Wir freuen uns, wenn ihr alle dazukommt und wenn es nur auf ein kurzes Hallo ist oder auf irgendeine Murph-Runde. Ich führe euch durch die Woche und nutze sie sinnvoll. Habt ihr Lust auf Murph? Es ist tatsächlich ein intensives Workout. Macht euch nicht zu müde in der Woche davor. Nehmt euch die richtigen Rest Days, also nehmt euch Pause, wenn es sinnvoll ist. Und Pause ist sinnvoll vor dem Workout, gegebenenfalls übrigens auch danach, aber das werdet ihr sowieso merken. Deswegen einmal durch die Woche durch. Wir starten und enden mit einem Hero-Workout. Das geht los mit einem Bodyweight Hero-Workout und das ist DEL. Achtung, das hat nichts mit der deutschen Eishockey-Liga zu tun. Auch hier gibt es einen Spitznamen für einen gefallenen Soldaten. Und es ist for time. Burpees, 25 Stück. Weighted Run mit einem Medizinball. Und dann Weighted Pull-Ups mit dem Medizinball. 400 Meter Run, Weighted wieder mit dem Ball. 25 Hands-Stand-Push-Ups ohne Ball. 400 Meter Weighted Run, 25 Chest-Stand-Ball-Pull-Ups ohne den Ball. 400 Meter Weighted Run und nochmal 25 Burpees. Ihr seht, die Alternativen unten sind ebenfalls super. Es ist ein längeres Workout wie die meisten Hero-Workouts. Und wir haben hier die Möglichkeit, wenn Laufen nicht so richtig cool ist, dann das Ganze mit 300 Meter Runden zu machen. Mit Banded Pull-Ups, mit Push-Ups, die uns auch auf den nächsten Sonntag vorbereiten. Also richtig cool, hier so einzusteigen. Aber Bodyweight, das heißt, das ist nichts etwas, was uns komplett aus dem Leben schießt, sondern das ist ein schönes Training tatsächlich dafür. Und trotzdem müsst ihr entscheiden, welche Tage ihr in Anspruch nehmt. Und dann haben wir am Dienstag, bevor es losgeht mit dem Workout und dem eigentlichen Part, haben wir einen Max-Weight-Plank-Hold in 30 Sekunden. Es ist kein langer Part, ihr macht das mit einem Partner immer im Wechsel. 30 Sekunden Plank-Hold mit Gewicht auf dem Rücken, wenn ihr das möchtet. Und mal gucken, wie viel Gewicht ihr in den 6 Minuten nutzen könnt, wie viele Runden ihr reinbekommt. Also mehr als 6 Runden werden es sowieso nicht, dann müsstet ihr aber super schnell arbeiten. Es geht hier um 3 bis 4 Runden, die man schaffen kann. Und dann sind die Legs on Fire. Und das solltet ihr euch gut überlegen, inwiefern die Legs on Fire sein sollen, wie lange die Legs on Fire sein sollen. Weil wir brauchen sie definitiv zum Laufen und Squatten am Sonntag. Und dann machen wir in 20 Minuten 10 Runden, 3 Front Squats in Minute 1 und 1 Minute for Calories on any Machine. Das heißt, ihr entscheidet, auf welcher Maschine. Völlig egal, ob Row, ob Bike oder ob Ski-Erk. Und dann gehen wir in den Mittwoch rein. Und auch hier zu einem 5-Rap-Pro-Seite-Dumber-Snatch. Hocharbeiten, sehr, sehr cool. Super Explosivkraft, die wir hier trainieren. Schön dabei auch die Technik umzusetzen. Und dann ein Hold Tight mit natürlich leichteren Gewichten. 10 Minuten M-Rap, 12 Alternating Dumbbell Snatches. Und 4 Bar Muscle Ups oder Bandit Pull-Ups oder Chest-to-Bar Pull-Ups. Hier haben wir die Möglichkeit, ein wenig zu spielen, wo es hingehen soll. Und dann am Donnerstag, oh boy, ein 21-15-9 rein theoretisch. Aber eins der fiesen Variante. Mit 3 Übungen, nicht mit 2. Das ist ein Triplet, kein Couplet, wie es meistens bei 21-15-9 ist. Und mit dem Bike. 21 auf 15 Calories Bike, 21 Deadlifts, 21 Push Jerks. 15-15-15, 9-9-9. Ihr seht immer ein bisschen abgespeckt für die Damen auf dem Bike. Und in der Kategorie Fitness, gleich vom Bike her, ein wenig weniger von den Kalorien. Um es trotzdem intensiv halten zu können. Das ist bei einem 21-15-9 ganz wichtig. Das ist kein zu langes Workout. Wir geben ein bisschen Zeit dafür. Es geht hier darum, zügig durchzukommen. Also die Deadlifts dürfen euch nicht sonderlich stressen. 11-10 sollte man machen können mit dem Gewicht in der 21er Runde. Push Jerks ebenfalls. Also sucht euch ein Gewicht raus, wo ihr eher in 2 Sätzen maximal 3 durchkommen könnt. In jeder der Runden. Und dann haben wir am Freitag den Hero Around the Corner. 5 Runden auf Zeit. 63 Double Unders oder 83 Single Unders. Als Alternative 1 Minute Double Unders zum Üben. Wer sagt, das für Double Unders wäre richtig schön. Und dann Box Jumps und Hang Squat Cleans. Wir haben ein Skill Work, ähnlich zu dem, was wir vor kurzem schon mal gemacht haben. Nochmal 10 Minuten M-Rip for Quality mit einem Partner. 30 Sekunden Front Rack Barbell Hold. Das letzte Mal war es Back Rack. Jetzt ist es Front Rack. Mit 8 Bend Over Barbell Row. Und den Samstag überlegt ihn euch gut. Wenn ihr kommt, wir haben hier ein bisschen drauf aufgepasst, wie wir die Übungen einbauen. Aber bitte, bitte passt auf, wie ihr es macht für den Sonntag. Ein Melting Mad Con mit 8 Minuten, 8 Minuten, 8 Minuten mit dem Partner. Deswegen haben wir das extra reingesetzt. Und immer ein Partner macht eine komplette Runde. Dann macht der andere Partner eine komplette Runde. Sollte also ein Sprint, Sprint, Sprint sein und bleiben. 8 Minuten M-Rip im ersten, Partner 1 macht 100 Meter Run, 10 Knees to Elbow oder Knee Races. Dann macht der Partner das gleiche und so weiter und so fort, bis die 8 Minuten durch sind. Zweiter Block, 100 Meter Row und 10 Unbroken Hang Power Snatches. Also so leicht gehen, dass die Unbroken gehen. Das kann bis zur leeren Stange bitte runtergehen. Also sinnvoll dabei sein. Und 2 Minuten Rest und in den letzten 8 Minuten 10 Burpees, 10 Goblet Squats und wieder die Brunnen alternieren. Also Sprint, Work und das immer mit kurzer Pause. Im besten Fall Work-Rest Ratio 1 zu 1, weil ihr ungefähr gleich schnell seid. Trommelwirbel für den Sonntag in Murph. Und wir haben euch ein paar Varianten aufgeschrieben. Und auf Social Media kommen noch ein paar Varianten. Aber das sind die Klassiker, die wir haben. Murph Klassisch ist eine Meile laufen. 100 Pull-Ups, 200 Push-Ups, 300 Air Squats und nochmal eine Meile laufen mit Gewichtsweste. Das kann man selbstverständlich auch ohne Gewichtsweste machen. Niemand ist dazu verpflichtet. Und es gibt ein paar Varianten, wie man Murph machen kann, wenn man nicht der klassischen Murph machen möchte, sondern sinnvoll durchkommen will. Es gibt den Cindy Style Murph und das ist dann eine Meile laufen, 20 Runden, 5 Pull-Ups, 10 Push-Ups, 15 Air Squats und eine Meile laufen. Auch dann komme ich auf die 100, 200, 300. Wenn ihr sagt, super, aber 10 Push-Ups sind immer noch zu viel am Stück, dann gibt es die I Hate Push-Ups Variante für Murph. Und das ist eine Meile laufen, 20 Runden, 5 Pull-Ups, 5 Push-Ups, 15 Air Squats und nochmal 5 Push-Ups und eine Meile laufen. Und den Klassiker auch mit Ring-Roll Murph. Das heißt auch hier das Ganze anstatt Pull-Ups mit Ring-Rolls umzusetzen. Wir haben noch ein paar Varianten für euch. Ihr bekommt kommenden Sonntag auch fast insgesamt 90 Minuten mit ein bisschen Warm-Up und dann legen wir auch direkt los. Das heißt locker 75 Minuten ist die Idee pro Heat. Ihr sollt Murph fertig machen dürfen. Wir starten in riesengroßen Runden. Ihr könnt Murph draußen im Garten machen, ihr könnt Murph in der Halle machen. Das heißt wir brauchen Platz und den werden wir uns nutzen, den werden wir uns holen. Und jeder kommt auf seine Kosten. Wir freuen uns wahnsinnig da drauf. Viel Spaß am Sonntag dabei. Viel Spaß in der Woche. Wir freuen uns drauf, vor allem den Geburtstag mit euch zu feiern. Der Christ und das ganze Team. Ciao, ciao.